So, so, so. Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite mit Maurice. Am Start hier. Wir gehen direkt Loli Lodge raus. Maurice ist auch gerade währenddessen am Stream. Und raus. Ich hab jetzt so ein bisschen so eine Taktik rausgefunden bei Fortnite. Dass da echt wenige landen manchmal. Ganz geil. Nachbarer bei einem Friedhof? Ne, so allgemein. Du siehst ja immer diese Strecke. Und die Gedanken nicht, wenn sie denken, die kommen da gar nicht hin. Aber... Der Friedhof ist aber echt... Wenn das der Friedhof ist. Das ist der Friedhof. Hier ist niemand. Hier war noch eine Kiste. Ja, hier ist ein Event am Laufen gerade momentan, dass alle Waffen legendär sind. Das ist echt broken. Geil. Gibt man am meisten Erfahrung auch. Echt? Aber wenn man zockt halt, gibt man am meisten Erfahrung so. Weil man einfach mehr Kills macht und alles geht viel schneller und so. Ich hab einfach zwei Sturmgewehre, ist okay. Na, was macht's dann? Ja, ich schreck mich doch nicht. Alles gut. Ich hab eben die Dingsumgebung hier erforscht, hier ist keiner. Ich hab mich übersehen, aber das glaub ich eher weniger. Na, wo ist es doch hier? Die Kiste ist am Start. Mhm. Und eine Minigam hab ich. Ja. Okay, das ist sick. Eine legendäre Minigam, alter Schwede. Ja, das ist krass. Eine goldene Minigam ist so sick, glaub mal. Ist ein bisschen overpowered wahrscheinlich. Leifers krass hier. Und die USP auch. Hallo. Hallo, Benni am Start. Hallo. Ich versteh's nicht. Wo waren die denn? So, wir bauen, äh. Wie doppelt die Kilometer. Ich hab vier Sturmgewehre. Okay. Das ist ein bisschen übertrieben. Wo sind wir denn? Lass mal Richtung Zone schon mal move'n. Das Spiel macht echt mal wieder richtig Bock, Fortnite. Das sucht ich jeden Tag, ey. Und so langsam so mit dem Bauen geht relativ gut. Aber ich muss das noch. Ich muss erstmal richtig reinkommen in den Bau. Links hier. Ich bin noch nicht so gut. Ah, das ist schon auf jeden Fall schon mal viel, viel, viel verbessert. Naja, klar. Ich nehme mal die USP mit hier. Oh, die ist stark. Die benutze ich auch gerne im Nahkampf. Also vier Sturmgewehre. Ich glaub das sind nicht so. Da liess nicht so das Gelbe vom Ei. Eieiei. Huch. Ah, hier sind schon welche. W- Also hier waren schon welche. Boah. Der Boy, weißt du. Hier welche. Weiter down. Ja, klar. Warum denn nicht? Klar, warum, warum denn nicht? So, weißt du so. Oh, hinter uns. Ich seh'n nicht. Ich seh'n nicht. Ich seh'n nicht. Ich hab' ihn auch nicht gesehen. Ach, der war hinterm Busch. Oder im Busch. Junge, er kämpft sein Leben tot oder was? Kämpf mich doch immer richtig, Alter. Er war einfach im Busch drinnen. Er war einfach im Busch drinnen, Alter. Gibt's in dem Modus überhaupt nur Maschinenpistole? Es gibt alle Waffen, ne? Ne, es gibt halt Sniper, es gibt halt... Gar, Diegel, USP, Minigarn und sowas halt. Erstmal ne Maschinenpistole finden. Das ist ja auch um die Kunst. Ne? Erstmal ne Maschinenpistole finden. Wurde! Werden geilen, der einst ja! Geil nicht, doch nicht konnte jetzt einfach raus tappen ohne dass die aufhören, dann mal bricht es ja richtig nice. ich bin ja auch von dem Film ja aber du streamst über OBS haben wir mal jetzt irgendwie so ich nehme ja auf und ich nehme über Barnecam auf und eigentlich ist das so, wenn ich raustappe, ist die Aufnahme raus also vorbei, also tschüss so, okay lass mal jetzt raus Junge ey, du sagst aber auch an in letzter Sekunde und dann Richtung Vitae Row fliegen okay, einer ist da, zwei oh, ein Team wahrscheinlich nur drei ne zwei Teams sind hier zwei Zweier oh je ich bin viel zu weit gelaufen mir ist direkt einer ich hab keine Waffe ey, ich bin im Haus warte mal kurz Dings aber hier wird auf jeden Fall geschossen mhm fuck, was hat denn für ein Bug? weiß ich, ich hab keine Waffe, aber 100% Rüstung oder was? ich kann's mal nicht geil haben ey, du hast ja keine ich hab keine Waffe doch da ne muss halt mit Diggel klar kommen ja, okay Diggel Klicker ist am Start hier äh, da sind welche, ne? ja, down NICE BOY NICE BOY hier ist der Kiste oben also bei dir also bei uns und ich falle ganz runter wollte mich treuen hier ist ne Handkanone nice raus jetzt ne Wurzel hier sind noch mehrere hier sind noch mehrere ich hab noch ein Diegel ich hab doppel Diegel alles gut ja weil ich hab 2 SKs jetzt da in nem Haus drinnen ja einfach mal ein bisschen reinrollern und weißt was ich noch habe Dance Bombe weißt was ich jetzt mache wo ist der ist er bei dir? keine Ahnung wo der ist muss hier sein der hat sich rausgebaut der hat mich der hat mich hier Dings gemacht Dance? Ja Loll Unter uns unter uns unter uns Lass ihn reinkommen Jeff auf den Dance Dings Nimm dir Nimm dir! Ne vor dir Wolle Scheiße Hast du getroffen? Nimm uns! ich bin da vom berg oben oh mein gott ich werde abgeballert der kommt rum ich hab den gar nicht gesehen ich wollte dich einbauen gerade ah nicht schlimm alter ich hab meinen kill aber nicht wenn du mal schiebest oder meh ich hab den gar nicht gesehen aber macht echt fun alter du machst einfach ein leichter kills jetzt übertrieben ich bin auch wieder level up jetzt das ist doch mal nice reiche level 25 der season ja bin ich fast eliminiere gegner bei fatal fields ok lassen wir mal fatal fields runter gehen hab ich ne mission dann muss ich nach 2 töten dann hab ich ne belohnung weil desto schneller ich bleibe auf fatal fields wo ist der fatal fields dann gehen wir gleich da raus zurück das Prozent die Füße aus das und Top-Königungen kann man auch in dem Modus Karte ist Fettel viel zu werden aber auch wahrscheinlich welche unternehmen ja ich brauche zwei Kölzer und manche Belohnung Ok, mach nen Pentaken. Raus. Let's go. Siehst du bei uns schon welche? Einen sehe ich. Zwei sehe ich. Drei sehe ich. Ich flieg zum großen Haus. Ich flieg zur Scheune hier. Komm aber direkt rüber. Wenn ich ne Waffe habe, komme ich direkt rum. Oh, bei mir sind zwei. Ok, ich geh zur Scheune. Ja, ich hab ne Sniper. Aber mit Sniper kann ich nicht rumkommen. USP, USP nimm ich. Let's go. Oh mein goodness, ich glaub ich bin tot. Bei mir sind zwei runter. Oh, hinter mir ist einer. Bei mir sind zwei. Bei mir sind auch zwei. Bei mir ist der Mann. Weitern. Ach der Bull weiß. Dann ruft sie mich jetzt an. Was für den haben wir? Willst du machen? Was für den Rennen wird? Oh, mach jetzt! Oh. Bist du noch da? Bist du noch am Leben? Ich bin auch da. Alles gut. Okay, nice. Von wo? Da! Vom Feld! Ich komme zu dir. Down. Dann auch down. Ich weiß nicht, woher. Ah, neben mir. Links von mir. Der kommt. Nimm dir, nimm dir, nimm dir. Lüßen! Hol den, hol den, hol den. Nein! Alter, wie oft soll ich den noch treffen? Ah, scheiß doch die Wand an, Alter. Hab ich den denn überhaupt getroffen? Ja, hab ich. Machst du Dauerfeuer oder machst du Einzelschuss? Weil ich hab gestern gemerkt, dass man bei Dauerfeuer, dass man da viel mehr trifft, irgendwie. Holger, der Schatzkarte, aus dass ich belebe ich Spieler wieder. Also einmal muss ich dich wieder beleben noch. Okay, was haben wir noch? Gewinne ein Match. Besuche ein Lama, ein Fuchs und ein Krebs. Folge der Schatzkarte aus Dusty Deport. Okay. Okay. Okay, okay, okay. 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 5 alle leute das muss am liebsten und kann gerade nicht 3 2 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gewinne ein Match. Ja, machen wir mal easy, ne? Alles klar, okay. Ey, ist halt optimistisch, das ist doch schön. Das war's für heute. Ey, Mann, Alter, die kommen immer aus dem Hinterhalt. Die können nichts anderes, die Spastis. Sind die schon da? Ja, die sind bei mir. Direkt bei mir. Das ist an der Treppe bei mir. Ja, ich weiß, ich stehe schon. Jo, ey. Jo, ey. Jo, ey. Du verstehst nicht. Mein Gott, ey, warte. Ich beend jetzt mal die Folge. Alles klar.